Norddeutscher Rundfunk 2021 Wenn es in Prero um alte Holztüren geht, kommen die Rolafs. Wieder das typische Darser Sonnen-Oval hier. Sie sind die Türen-Schnitzer von Fischland, Dars und Zingst. Ohne die Rolafs gäbe es sie nicht mehr, die berühmten Holz-Ornamente. Eine Darser-Tür ohne Sonne muss man sehr suchen. Darser-Tür und Sonne, das gehört irgendwie zusammen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017